Hallo, ich bin Birgit Theiskes und wie man hinter mir sieht, ich fotografiere und freue mich sehr, in Artopia eine kleine Ausstellung zu haben, ganz spontan, so wie es in Artopia spontan üblich ist. Und ja, meine Bilder entstehen meistens auch sehr spontan und entdecken mich sozusagen und entstehen sehr zufällig, so wie es inzwischen in der digitalen Fotografie auch sehr gut möglich ist. Vielen Dank.